Ich denke, heute tun wir gut daran, mal was zu genießen, was sehr, sehr lange nicht der Fall war. Wir haben Tore geschossen, dann auch in den Dreier eingefahren und dann können wir nächste Woche über das nächste Spiel reden, was mit Sicherheit nicht ganz einfach wird. Aber wir sind in Schlachtdistanz und deswegen wollen wir natürlich auch versuchen, die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten. Bei uns war dann das Gefühl, zumindest war so mein Eindruck, dass die Mannschaft mal wieder im Kopf hatte, was verlieren zu können. Dann versuchst du zu verteidigen, versuchst dagegen zu halten. Wir haben kaum noch Entlastung bekommen und letztendlich sind wir dann froh, dass wir das über die 90 Minuten oder gerade in der zweiten Halbzeit über die Bühne gebracht haben, um dann endlich mal wieder mit dem Dreier mit diesem Gefühl heute nach Hause zu gehen.